So, Entschuldigung, liebe Leute, das wollte ich eigentlich gerade nicht. Ich hatte es gerade rausgelaufen aus irgendeinem Missituation. Das wollte ich nicht. So, Entschuldigung, liebe Leute. So, Entschuldigung, liebe Leute. So, Entschuldigung. So, Entschuldigung. So, 77% voll. Dass ihr auch mal seht, wie der zu 100% voll aussieht, machen wir das jetzt mal schnell. So, Entschuldigung. 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 und zeige ich euch was bis jetzt über Amazon gekommen ist, wenn das nächste was ich bestellt habe bis dahin auch schon gekommen ist, gibt es am Freitag um 21 Uhr einen Livestream wieder mal ein Unboxing Video, weil ich muss erst morgen schauen wann ich, ob ich am Freitag, also ob ich am Wochenende frei habe, wenn ich am Wochenende frei habe, kommt am Freitag auf jeden Fall einen Livestream, so gegen 23 Uhr könnt ihr euch gleich hinter die Ohren schreiben, weil am Freitag ist es sowieso noch schulfrei für alle, da ist wieder Woche und ihr könnt dann auch Erwachsene zusehen, die gerade arbeiten waren, um 23 Uhr bis, keine Ahnung, oder vielleicht gibt es einen auch am Samstag in der Früh, mal schauen wie weit ich komme am Freitag, aber ich glaube, dass er am Samstag stattfinden wird, weil am Freitag bin ich ja noch arbeiten und wenn ich am Wochenende frei habe, dann wird er sicher am Samstag der Livestream starten, so leid es mir dann auch tut, so jetzt kommt wieder unser Lied, das was wir heute schon mal gehört haben. So, jetzt machen wir hier das schnell. und der ist voll, der Harvester, das heißt für uns jetzt natürlich, da er voll ist, fahren wir jetzt hier, bis unser Hänger voll ist, oder auch nicht. so, jawohl, das funktioniert so ganz gut. so so So, Es scheint aus, als würden wir ihn reinfahren, tun wir aber nicht. Oder doch, diesmal schon. Entschuldigung, Kollege, das wollte ich nicht. So, jetzt ackern wir hier das Feld noch schnell ab. Und dann werden wir das Video auch schon wieder beendern, weil das Video geht jetzt doch schon, ganze 8 Minuten, gerade. 8 Minuten. Ich dachte, es würde mehr gehen wegen der Musik, aber... Und dann werden wir das Video auch schon wieder beendern, weil das Video auch schon wieder beendern. Ok, jetzt haben wir hier schon wieder Nachtshalt herrennen. So, jetzt sind wir eh gleich durch und wie das ganze angebaut wird, seht ihr in dem nächsten Video, bis dahin wünsche ich euch Tschüss, eine gute Nacht und guten Morgen oder eine Mahlzeit, je nachdem, wenn euch das Video anschaut, bis dahin Tschüss, bis zum nächsten Mal, Tschüss.